Ich lerne Deutsch. Nummer 4721 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Arbeit in der Krankenpflege ist nicht immer einfach. Aber wir lieben unseren Beruf. Die Arbeit in der Krankenpflege ist nicht immer einfach. Werfen wir einen Blick darauf und entscheiden wir gemeinsam, ob wir diesen Auftrag annehmen wollen. Werfen wir einen Blick darauf und entscheiden wir gemeinsam, ob wir diesen Auftrag annehmen wollen. Werfen wir einen Blick darauf und entscheiden wir gemeinsam, ob wir diesen Auftrag annehmen wollen. Ich möchte diesen Ort nicht verlassen. Es ist so schön warm und gemütlich hier. Ich möchte diesen Ort nicht verlassen. Es ist so schön warm und gemütlich hier. Ich möchte diesen Ort nicht verlassen. Wir schicken Oma ein Foto von uns allen. Die alte Kupferkanne stand jahrelang bei meiner Oma im Wohnzimmerschrank. Die alte Kupferkanne stand jahrelang bei meiner Oma im Wohnzimmerschrank. Möchtest du auch ein Schokoladeneis haben? Möchtest du auch ein Schokoladeneis haben? Ich habe mich schon wieder verspätet und renne so schnell ich kann die Straße hinunter. Ich gehe mit den Hunden spazieren. Kommst du mit? Ich gehe mit den Hunden spazieren. Kommst du mit? Ich gehe mit den Hunden spazieren. Kommst du mit? Ich habe keine Zeit. Ich muss erst das Geschirr spülen. Ich habe keine Zeit. Ich muss erst das Geschirr spülen. Apotheker mit mehr Erfahrung verdienen in der Regel mehr als Apotheker mit weniger Erfahrung. Apotheker mit mehr Erfahrung verdienen in der Regel mehr als Apotheker mit weniger Erfahrung. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. Ich gehe mit den Hunden spazieren. Ich gehe mit den Hunden spazieren. Ich gehe mit den Hunden spazieren. Ich gehe mit den Hunden spazieren.